Bye-bye, AA-Spiele. Warner Bros. setzt voll auf Gaming-Services und Mobil. Kein Hogwarts Legacy 2 in Sicht? Hallo und willkommen zurück auf PlayStation-Info und abonnieren nicht vergessen. Na, habt ihr gehofft, dass nach dem epischen Erfolg von Hogwarts Legacy noch mehr High-Budget-Einzelspieler-Abenteuer à la Der Herr der Ringe, Matrix oder DC Comics auf euch warten? Dann halte mal die Tasten fest, denn jetzt kommt die Wende. Der Gaming-Guru von Warner Bros. Discovery, JB Perret, hat gerade den Masterplan für die Zukunft ausgeplaudert und der lautet mehr Gaming-Services, mobile Spiele und Gratistitel, Baby. Trotz einiger Schrammen wie Suicide Squad halten sie immer noch die Fahne hoch für Service-Spiele. Warner Bros. will uns Gamer Asterisk innen nämlich nicht nur für ein paar Stunden, sondern für Ewigkeiten vor die Bildschirme fesseln und nebenbei ordentlich Kasse mit Mikrotransaktionen machen. Klingt nach einer Win-Win-Situation, oder? Perret sagt, sie wollen mit ihren beliebten Marken nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig abkassieren. Und das geht am besten mit Gaming-Services, die auch nach Jahren noch ordentlich Umsatz bringen. Statt Millionen in ein riesiges Spiel zu pumpen, das Jahre in Entwicklung ist, setzen sie lieber auf kleinere Titel, die langfristig profitabel sind. Und hey, wer sagt denn, dass mobile Games nicht auch episch sein können? Tja, die Zeiten ändern sich und Warner Bros. schwingt sich auf die Gaming-Welle. Bleibt dran, um zu sehen, was sie als nächstes aus dem Hut zaubern. Wonder Woman steht bereits in den Startlöchern. Und Avalanche Software arbeitet fleißig an einem Projekt, das verdächtig nach Hogwarts Legacy 2 aussieht. Ein bisschen Hoffnung für die Fans der großen Budget-Blockbuster, oder? Aber halt, bevor du die Konfetti-Kanonen rausholst, gibt's hier den Twist. Die Tage der Megaproduktionen, die ins Kino kommen, sind gezählt. Warner Bros. wird vorsichtiger sein und weniger Risiken eingehen, wenn Projekte nicht von Anfang an nach kommerziellem Erfolg aussehen. Was bedeutet das für uns Gamer? Nun, statt ein Spiel einmalig zu veröffentlichen, setzen sie auf den Trend von Games as a Service. Ähnlich wie bei Hogwarts Legacy können wir in eine Welt eintauchen, in der wir nicht nur spielen, sondern auch arbeiten, bauen und bleiben können. Und das alles im Laufe der Zeit. Und hier kommt der Clou. Warner Bros. Discovery weiß, dass sie mit ihren heißgeliebten Marken einen Trumpf im Ärmel haben. Deshalb haben sie einen strategischen Investitionsplan entwickelt, um die Erfolgsaussichten ihrer zukünftigen Spiele zu maximieren. Und als wäre das nicht genug, haben sie sogar einen neuen Experten an Bord geholt, um die Markenführung und Nachhaltigkeit zu stärken. Klingt nach einem Game Changer, oder? Bleib dran für mehr auf playstationinfo.de !